Und das ist es jetzt schon wieder. Das Ding ist offen. Das war vorher nicht offen. Ich habe es extra vorher überprüft. Und das Spiel, du backst jetzt nicht rum, oder? Warum komme ich da nicht rein? Ähm. Okay. Dann weiß ich wenigstens, was ich notfallsmäßig machen muss. Wenn das nicht funktioniert. Ein wunderschönes Moped. Das war der zweite Ort, wo ich erst nicht begriffen habe, wo es lang gehen soll, bis ich das mal gesehen habe. Und das kam wesentlich später. Das war jetzt nicht gleich. Okay, da ist nichts drin. Boah, was heißt denn eigentlich? Das muss Kisten. Bäh. Keine Ahnung, was das... Okay, vergammelt das Essen. Sehr lecker. Und stoppt das jetzt so. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Okay. Okay. Der Kiff wird intensieren. Das ist sehr schön. Okay, die Uhr ist gestoppt. What the fuck? Kack. Alter, kack Fernseher. Ohne Witz. So. Hier. Können wir die... Okay, ich hab... Ich geh mal stark davon aus, dass es eine Red Bull-Büchse ist. Was? Was ist das? TV... Okay, der Fernseher läuft, aber das Kabel ist nicht drin. Also ein bisschen Englisch kann ich schon. Aber wenn es halt dann an die langen Sätze... Äh, an die langen... Naja. Langsätze. Was wir vorhin lesen mussten. Oder was ich versucht habe. Da fängt es dann irgendwann an, schwierig zu werden. Okay. Was heißt das? Das ist wieder distorted. Verschoben? Könnte verschoben sein. Fotografie mit verschobenen Gesichtern. Wir gehen gleich hoch. Warte, warte. Die Mucke ist weg. Das ist mir auch neu. Was ist das Kackdinger aus? Alter, was war das denn gerade? Ich hab da schon mal reingeguckt. Da kam das Viech nicht. Was auch immer das war. Aber ich hab da das Radio ausgehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob es da ran liegt. Alter. Schlauchspiel. Jesus, hilf mir. Nee, lieber nicht. Wie weiss. Okay, Christostator und Kreuz. Ja, cool. An die Masonic-Box. Ich weiß nicht, was Masonic heißt. Okay, hier haben wir viele Boxen. Das ist alles sehr gläubig hier. Aber das ist ja nicht unser Apartment. Und das finde ich creepy. Die digitale Uhr. Die Zeit läuft rückwärts. Hat das jetzt was zu bedeuten? Wenn das irgendwann auf Null kommt? Okay, Slayer. Oh. Oh, der Schlüssel. Die hab ich noch verwendet. Ich weiß zwar jetzt aber nicht, wo. Ich weiß nicht, wofür das im Inventar gut ist. Aber okay. Vielleicht lagst du auch daran, dass ich das Licht anhatte, dass das Viech gekommen ist. Das fällt mir gerade so ein. Alter. Okay. Aus diesem Arschlochhaus raus. Außerdem. Hier ist doch. Warte mal. Ich hab doch von dieser Glühbirne erzählt. Also, die ultraviolettes Licht macht. Das sieht doch hier original so aus. Aber wo krieg ich denn die her? Okay, und dann Keller kann ich nicht. Ich weiß noch nicht, was das hier für eine komische... Okay, das ist eine Eule. Das sehe ich. Das hat mich ein bisschen an Wurzstocks. Warum auch immer. Über den Arschgellen-Fernseher. Achso, ja. Genau. Wir haben ja, glaube ich, einen Energy-Drink aufgenommen gehabt. Damit kann ich einen zusätzlichen Ausdauerbalken hinbasteln. Das wollte ich noch erwähnen. So, hier ging es hier raus, ne? Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, was das für ein Viech war. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich sterben werde. Aber ich möchte jetzt gerne mal unter den Keller. So, wir haben Autoschlüssel. Das weiß ich. Aber... Frag mich mal jetzt, wo wir das benutzt hatten. Das war kein Auto gewesen, wo ich das benutzt hatte. Das war schon irgendwie... ...irgendwie hier so. Das war auf jeden Fall kein Autoschlüssel. Ich glaube, das war bei irgendeiner Werkstatt. Ich bin mir aber nicht so sicher. Aber Werkstatt haben wir hier überall, so wie es aussieht. Und ich nutze echt jedes Mal den falschen Knopf zum Überpröfen. Hier war bloß das Siegel. Da können wir noch nicht rein. Das ist übrigens ein sehr schöner Gulli. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber irgendwie sieht der... Ich weiß nicht, der sieht ein bisschen sehr aufgemalt aus. Aber es... Ich schätze mal, dass der heißen Satan kommt, aber ich... Oder? Okay, hier... Ist für ihn normal. Ist für ihn ganz normal. Er hat ja von nichts Schiss. Aber gut, warum auch, ne? Was? Can't be open... Okay, kann man nicht öffnen. Das war hier aber irgendwo... Nein, nee. Also, ihr seht, schon ein bisschen habe ich doch schon gespielt. Wer jetzt mal auf die Uhr guckt, ist knapp eine halbe Stunde. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt schon in der zweiten Folge oder so bin. Also ist... Ah, hier habe ich ihn benutzt. Es wird auf jeden Fall bloß ein aus Gründen ein kurzes Horror-Let's Play werden. So, bis hierhin war ich und danach hat sich die Geschichte. Hier habe ich es abgebrochen. Und hier muss ich doch irgendein Werkzeug finden. Kann ich hier... Nee, einen komischen Knipper habe ich hier nicht. Wo ich die Kette irgendwie durchkriege. Schöne Ebebühne. Ah, guck mal. Was? 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 Warum kriegt der immer Hallus, wenn der irgendwas nimmt? Also... Oh, Grüße. Also, wenn der irgendein Objekt aufnimmt. Nicht... Ja. Ah, guck mal. Wie soll ich auch die Leben? Was? Der automatisch sichere Traum? Jeder Nacht, die wir sterben und jeden Tag werden wir neu geboren. Okay. Was könnte wirklich passieren? Was waren wir jetzt gerade im Hintergrund? Äh, wenn ich aufwache, vielleicht... Äh, wenn ich aufwache, vielleicht... Ich vergesse die Straße. Ich vergesse die Straße und das, äh... Spiel ist vorbei. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht auswählen rausgelatscht. Ich weiß nicht, ob das jetzt das zu bedeuten hat. Was ist denn das? Das könnte irgendein riesen Viech sein oder so. Zumindest, das hört sich so an. Geh mir nicht auf und senke. Und ich geh halt auch mal stark davon aus, wenn ich alle Hinweise und so gefunden hab, äh, dass es dann eigentlich auch vorbei ist. Ich hoffe, dass wir unsere Hunde wiederfinden. Aber ich geh trotzdem mal davon aus, dass da das ja mehr oder weniger in der Psyche von dem guten Herrn hier spielt, denke ich jetzt mal, dass wir... Alter, wo denn... Alter, das Geräusch macht mich kirre. Darf ich rein? Okay. Fernsteuerung beim... Also... Automatisches Hoch-Hunter. Blalalala. Das müssen wir wahrscheinlich hier machen, wo wir wahrscheinlich nicht rein können, ne? Natürlich nicht. Äh. Und jetzt hab ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Deswegen, ich will hier auch nicht zu sehr durchrushen. Aber ich glaub, wenn ich jetzt alle Hinweise und so gefunden hab, und wir hoffentlich unsere Hunde wiedergefunden haben, dass das... Dann wird's, glaub ich, schon vorbei sein. Und ich hatte gerade eigentlich das, was ich sagen wollte. Jetzt hab ich das schon wieder vergessen. Ich dussel. So, warte mal. Ich hab ne Zange, ne? Das war die andere Tür hier. Äh, nee. Ich bin ja der Meinung, dass wir... dass wir einen Unfall hatten. Hatten wir am Anfang auch gesehen gehabt. Und dass wir jetzt eigentlich bloß im Koma liegen. Und das hier halt irgendwie im Kopf uns durchspielt. Unsere Ängste werden halt wahr. Unser Hund verschwindet. Und wir müssen halt ihn wiederholen. Okay. Ähm. Okay. Schönes... Schönes Laken. Soll mich das jetzt irgendwie warnen? Ich hab ja noch nicht mal gespeichert. Ich wüsste auch nicht, wie. Ich glaub, das speichert sogar fast automatisch. Ich hab noch nicht so drauf geachtet. Komisch. Ähm. Ähm. Ich kann das... Äh, warte mal. Ist das wieder so ein Fehler? Warte mal. Hä? Ich komm hier nicht durch. Äh. Oh, die Kamera ist echt schlimm. Ah. Warte mal. Ist das ein Schalter? Ah, das ist ein Schalter gewesen. Okay. Oh, das ist ja doch noch wesentlich größer. Okay, hätte ich... Hätte man eigentlich auf der Map sehen können. Aber okay. Was? Oh, Bokus. Oh, gut. Okay, Sisyphus... Warte mal. Warte mal. Okay, Sisyphus musste, glaub ich, irgendeinen riesigen Stein in den Berg hochrollen, wenn ich's jetzt mal richtig verstehe. und als er oben war, äh... Wenn ich das jetzt richtig lese. Also wie gesagt, ich werde mir, denke ich, mal doch die Mühe machen und das wenigstens da drunter schreiben. Ähm. Okay, der Stein rollte runter? Oder rollte wieder äh, äh, na, abwärts und Sisyphus musste nochmal von vorne beginnen. Ist das jetzt irgendeine kryptische Nachricht an uns, dass wir jetzt eigentlich, ne, nicht sterben und wieder von Anfang an beginnen? Glaube ich eher nicht. Obwohl mich das nach der Nachricht jetzt gar nicht mehr so wundern würde. Wir sterben, denken aber vielleicht nur, wir sind gestorben, fangen alles jetzt von vorne an. Also, das war's bisschen, was wir bis jetzt schon gespielt haben. Aber kriegen neue Informationen. Und haben die alten aber noch. Das wär strange. Aber wir müssen auf jeden Fall auch nochmal zurück, weil wir haben ja noch irgendwas, wo wir einen Kompass hier anbringen können oder ranhalten können. Kann ich eigentlich hier irgendwie hochklettern, ne, war? Leider nicht. Was, 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 was? Ist da was im Fenster? Alter, Ball geht mir auf den Sack. Kann ich dich? Warte mal, warte mal, warte mal, wir haben Ball. Wir haben Ball. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich mache. Ich wollte wieder... Oh, warte. Komm mal vorbei. Komm mal vorbei. Ich würde ja gerne hinter den Ball kommen und den da wieder hinrollern. Aber ich weiß halt nicht, ob wir das machen müssen. Ach nee, das sind einfach so bloß die Fenster. Das könnte auch Teil eines Rätsels sein. Also, wenn ich jetzt vielleicht den Ball wieder hier hinrolle, dass wir vielleicht durch das Fenster kommen, ist das im Bereich des Möglichen? Von da kamen wir auf jeden Fall. Das Geräusch vom Ball geht mir aber echt ein bisschen auf den Sack. Das wäre schon mal auf jeden Fall ein schöner Hinweis gewesen. Ich werde mal später gucken. Ich möchte mich erstmal hier auf der Map ein bisschen umgucken. Und wie gesagt, da ich das ja alles eigentlich noch übersetzen möchte, vernünftig auch, werde ich dann doch kleinere Aufnahmesessions machen, damit ich auch vorankomme. Oder damit ich das auch vernünftig wiedergeben kann und dann auch mal selber sehe, was für ein Blödsinn ich wahrscheinlich gelabert habe. Okay, jetzt habe ich hier den Ball, aber das war es auch. Der Ball ist immer noch da. Ich muss doch 100% mit dem Kackball irgendwas machen. Komme ich hier irgendwie ein bisschen mal hin? Ne, ich komme nicht. So. Na toll, jetzt liegst du da. Gehe, will ich dich da in die Ecke rein, Roller? Dann kriege ich dich da gar nicht mehr raus, ne? Doch, kriege ich. Den Berg hoch. Hier ist ja der Berg runter. Alter, nicht so weit. Aber wohin? Nein, nein. Oh Gott. Warte. Und wieder und wieder und wieder. So wurde es ja gerade gesagt. Na, das kann dauern. Also ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich versuche hier einfach mal außen an der... Ernsthaft. Okay, 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 okay. Warte, warte, warte. Warte. Nein, nein, nein. Alter, hock dich doch mal hin. Nicht auf den Ball hocken, Typ. Nicht auf den Ball hocken. So, warte. Ich will jetzt mal gucken, ob das stimmt. Alter, nein, 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 nicht wegrollern, nicht wegrollern, nicht wegrollern. Alter. Äh, hallo? Warte. Ich würde den echt gerne irgendwie dahin kriegen. Oh. Nein, 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 nein. Oh, das ist... Scheiß, Mann. Ach so, falls das natürlich alles sehr, sehr lange dauert, was unter Umständen der Fall sein kann. Jetzt kommt der Kackball nicht zurück. Ey, Ball. Ey, Ball. Komm jetzt zurück. Wie kriege ich jetzt nicht da drüben wieder hin? Das ist ja die Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel an einer Stelle wie der hier... Ah. Ich weiß halt nicht mal, ob ich das machen muss. Es würde sich... Es würde sich eigentlich gut anbieten. Ich will... Okay, Alter, wir machen Party auf dem Basketball. Ich stehe da jetzt, glaube ich, direkt drauf. Wie geil. Okay, das finde ich schon wieder lustig. Alter. Also, wer gerne kotzen möchte, bitte einfach mal zugucken. Alter, ist das eklig. Alter, ist das eklig. Hau mal ab hier vorbei. Äh. So, noch mal zu der Stelle. Bei der... Wenn ich jetzt an irgendeiner Stelle hängen bleibe, wie bei der jetzt zum Beispiel, weil ich den scheiß Ball hier nicht hochkriege und ich nicht mal weiß, ob der überhaupt hin muss, äh, werde ich wahrscheinlich äh, Cut machen. Je nachdem. Aber wie gesagt, nur bestimmte Folgenlänge oder, äh, Folgenanzahl habe ich zur Verfügung. Ist dann sehr ungeil. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass ich das mit dem Ball jetzt machen muss. Aber wie lang das dauert. Ist, äh, ja. Oh. Ein Ekonomikon oder wie man es auch nennt. Oh, ich kann begeistern. Stimmt, das hatte ich, glaube ich, mal im Tutorial gelesen, dass ich irgendwie mit Viechern reden kann. Ich weiß nicht genau, ob das so funktioniert. Ich soll das jetzt halten und irgendwas jetzt reinlabern. Aber ob das was bringt, weiß ich gar nicht. Was steht denn hier? Tone, Gramm? Aber wie soll das Spiel das erkennen? Das, das verstehe ich halt nicht. Okay, hold to speak and release to finally. Ja, schön. Ja. Funktioniert nicht. Funktioniert ganz toll. Ich sollte vielleicht noch mal, hier ist ja jetzt irgendwas passiert. Ja, das ist toll. Das werde ich, glaube ich, morgen in der Folge machen. Da muss ich, da muss ich echt erstmal ausprobieren. Weiß nicht. Also hier können wir auf jeden Fall mit, mit Geistern oder Dämonen oder sowas reden. ihr habt auf jeden Fall erstmal hoffentlich einen kleinen Einblick schon mal vom Spiel. Nicht so sehr von der Geschichte, außer dass hier wahrscheinlich alle erstmal verschwunden sind und wieder aufgetaucht sind und es denen da nicht so gut ging. Hallo, kann ich hier auch mal zurück wieder? Hä? Ah, okay. Vielleicht hat sich ja hier auch was getan. Ich muss mal gucken. Vielleicht muss ich mit dem Vieh da auch erst quatschen, damit ich dann weiterkomme. Ihr werdet auf jeden Fall nichts verpassen. Ich werde mir überall pass auf. Ich werde mich mal, ja genau, machen wir die Tür auf. Ich werde mich mal zu unserer tollen Dame hier stellen. Die war immer noch das Schönste, was wir bisher gesehen haben. Meiner Meinung nach. Ihr könnt mir das gerne mal sagen. Ihr könnt mir auch gerne mal sagen, was ihr von dem Spiel bisher haltet. oder generell so Indie-Horror-Sachen, die so in die alte Richtung reingehen, sage ich mal. Okay, selbe Gesicht erscheint auf allen Bildern oder ist auf allen Bildern. Und dann würde ich die Aufnahme erstmal beenden und mich mal an die Arbeit machen, was meine Englischkenntnisse anbelangt, zumindest bei dem Game. Und bedanke mich schon mal fürs Zusehen und wir sehen uns dann hoffentlich morgen zu einer weiteren Folge von, weiter kurz. Injection 23, no name, no number. Bis dann. Ciao, ciao.